Fuchs-Schwanz-Millet-Bohnen-Krautknöde Zutaten benötigt Hirse-Rava, grob gemahlen, minus 1 Tasse, jede Hirse-Rava Splittretgramm minus 2 Esslöffel Kokosraspeln minus 1,4 Tasse Wasser, 2,1,2 Tasse Salz nach Geschmack Zum Würzen Öl, 1,1,2 Esslöffel Senfsamen, 1 Teelöffel Splittretgramm, 1 Teelöffel Rote Paprikas, 2 Grüne Paprikas, 2 Curryleaves, 1 Zweig Vorbereitung Weiche das rote Gramm 15 Minuten in heißem Wasser ein. Lassen Sie das Wasser ab und mahlen Sie es zu einer groben Paste und halten Sie es beiseite. Methode Öl erhitzen, Senfkörner zugeben, splitterndes schwarzes Gramm, rote Chilischoten, grüne Chilischoten und Curryblätter hinzufügen Wenn Splittblack Creme goldbraun wird, fügen Sie gemahlene Splittretgramm hinzu und garen Sie für 2-3 Minuten unter ständigem Rühren. Fügen Sie geräbene Kokosnuss hinzu und kochen Sie für weitere 2 Minuten. Er 2-1-2 Tasse Wasser und Salz benötigt. Schmecken Sie das Wasser, um nach Salz zu suchen. Wenn es leicht salzig ist, wird es perfekt sein, sobald Sie den Militrava hinzufügen. Wenn das Wasser zu kochen beginnt, reduzieren Sie die Hitze auf ein niedriges Niveau und geben Sie dann mit einer Hand langsam den Fuchsschwanz Hirse Rava hinzu und rühren Sie kontinuierlich mit der anderen Hand, um die Bildung von Klumpen zu verhindern. Bei mittlerer Hitze kochen, bis alles Wasser verdunstet ist. Lassen Sie es abkühlen. Wenn es warm ist, teilen Sie die Mischung in gleiche Teile und machen Sie ovale Knödel. Fetten Sie Ihre Hände mit etwas Öl ein, damit die Mischung nicht an Ihren Händen haftet. Arrangiere die vorbereiteten Knödel und Dampfgaren für 15-20 Minuten. Sie können Ihren Etli-Hit oder Dampfgare verwenden. Servieren Sie heiße Hirseknödel mit Chutney, Samba Ihrer Wahl. Schutney, Samba Ihrer Wahl.